Advent, Advent, eine Kerze brennt und jetzt brennen schon drei Kerzen und, nee, zwei brennen, oder? Nee, drei brennen. Ich habe absolut den Track of Christmas verloren, aber wir sind Megafon95, der Fortuna Nisselhoff-Podcast. Ich hoffe, ihr dachtet nicht, wir hätten unser Mikrofon verloren und hätten deshalb nicht aufgenommen. Aber ich bin der Wampendribbler, mit mir dabei ist natürlich euer Experte, der Schiranski 8. Aber wir sind hier, um über die vergangenen Wochen unserer Fortuna zu sprechen, in der Folge 72. Wir haben natürlich einige Spiele dabei, das 0-4 gegen die Bayern, das 1-1 gegen Hoffenheim, die 0-5-Niederlage gegen Dortmund und das 0-3 gegen Leipzig. Haben wir mitgebracht, plus ein kleines Potpourri an Nus und halt ein Thema, was dem Micha am Herzen liegt, ist Friedhelm Funkel. Raus, ja, nein, vielleicht. Wir werden es auf jeden Fall diskutieren. Ja, von meiner Seite ein Gutkick in die Runde und dann wollen wir direkt loslegen. Fangen wir an mit so ein paar Kleinigkeiten. Dennis Gorka erhält einen Profivertrag. Nickel Toglu erhält auch einen Profivertrag. Baumut möchte Fortuna verlassen. Er hat jetzt gespielt, am vergangenen, ja gestern, eigentlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gegen Leipzig hat er gespielt. Was auch eher Gründe hatte, Fortuna Spiel mit der Dreierkette und ich glaube Eihann war gesperrt, ne? Nee, gegen Leipzig war Eihann da, aber Adams hat eine Pause bekommen. Und deswegen durfte dann Baumut spielen. Warum ist wahrscheinlich da nur im Mythen der Fabel anzusehen? Kurz zu Baumut. Wir haben oft gesagt, dass wir ihn eigentlich als Stammspieler sehen und nicht wissen, warum Fortuna da immer noch einen dazu ausleihen möchte. Hat er nicht die Qualität für die Bundesliga? Doch, ich finde, dass er vollkommen die Qualität hat für die Bundesliga. Er ist halt manchmal ein bisschen, sage ich mal, nicht flink auf den Beinen, aber dafür ist das halt ein Brecher. Und dafür hat er ja dann den Eihann neben sich, der dann eher der Flinke ist. Ich bin halt ein riesen Fan von Baumut und finde es dann halt nicht verständlich, warum man einen Adams, sage ich mal, ausleiht. Wenn man halt einen Baumut hat, der meiner Meinung nach auch vielleicht nicht ganz so gut ist, aber auf jeden Fall auch da rankommt. Wie soll er auf das Level kommen, wenn er nicht spielt? Ja, genau. Ich war mal auf ein paar Trainerfortbildungs-Dingsis und da wurde auch gesagt, wie soll sich ein Jugendspieler, wie soll er der Bundesliga reife bekommen, wenn er nicht auf diesem Niveau spielt? Also sprich, wenn du ein Talent hast und das aber nie in einer Top-Liga einsetzt, würde es auch nie zu dieser Top-Liga auf dem ersten Niveau aufschließen. Weil das halt ein Lernprozess ist, von Schnelligkeit her, von vielleicht Robustheit oder Tricks, die der Jugend... Und mal gucken, was dann noch passiert. Ziemlich interessant, Uerdingen will den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern, weil irgendwie das Stadion nicht rechtzeitig wertig wird. Fortuna hat sich dagegen gewehrt, sage ich mal, und hat gesagt, dass die keinen Bock haben, dass Uerdingen noch ein weiteres Jahr da bleibt. So wie ich es verstanden habe, will Uerdingen bleiben, aber darf nicht bleiben. Das heißt, Uerdingen wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder ein neues Stadion suchen müssen. Also die Fortuna möchte das nicht. Das Arena-Management sagt halt, ja, das fliegt doch ganz gut. Gucken wir mal, was da noch passieren wird. Stöger trainiert wieder mit der Mannschaft. Mal gucken, was das für die Mannschaft bringt oder auch für ihn bringt. Vielleicht verlängert er jetzt doch den Vertrag, den jetzt im Winter-Trainingslager. Und ja, der Vertrag mit unserem Vermarkter wurde nicht verlängert. Die Fortuna möchte das intern regeln. Nur irgendwie lustig finde ich halt auch, dass du halt schon praktisch, du verlängerst den Vertrag mit dem Vermarkter nicht, entlässt aber deinen Marketingchef gehen und hast da aber noch niemand Neues präsentiert. Mit ihm muss man wissen, sind auch noch zwei weitere aus dem Marketing gegangen, ist so ein bisschen untergegangen, die halt viel für Social Media Marketing etc. zuständig sind. Und die sind dann auch mit weggegangen. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig, diese News rauszubringen, praktisch, wenn du niemanden hast. Aber der Vertrag hört ja nicht heute auf, sondern der Vertrag endet, glaube ich, irgendwann. Ich glaube, im Sommer endet er. Im Sommer, irgendwann zur neuen Saison, irgendwann in dem Zeitraum endet das. Man hat noch keinen neuen Marketingchef eingestellt. Ich denke, das sind auch nur noch Momente, da würde im neuen Jahr einiges auf uns zukommen. Micha, wie stellen wir das mit den Spielen an? Wir haben ja die 0-4-Niederlage gegen die Bayern, die kannst du bewerten mit, da war eh nichts zu holen. Die haben gerade einen Lauf drauf geschissen. Ich persönlich würde einfach sagen, wir gehen direkt zum Hoffenheim-Spiel. Denn gegen Hoffenheim hat man zumindest die zweite Halbzeit ziemlich gut gespielt. Ja, das war erstaunlich, weil wenn man gesehen hat, wie die erste Halbzeit lief, da hat man sich auch gedacht, oh, das wird nichts mehr. Und dann hat Fortuna in der zweiten Halbzeit aufgedreht und dann einfach noch gut gespielt und dann am Ende mit ein bisschen Glück noch das Tor gemacht. Hennings macht das dann in der 88. Klar, wer auch sonst, außer Hennings. Aber ansonsten ist es halt ein schöner Punkt gewesen, der auf jeden Fall Mut gibt für mehr. Ja, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass das eigentlich für uns Horrorwochen sind, weil wir genug Gemeinschaften spielen, die weit über uns in der Tabelle stehen. Und uns dann in Dortmund mehr oder weniger halt dann komplett auseinandernehmen zu lassen, obwohl ich das zum Teil gar nicht so fand. Also für mich war das Spiel lange Zeit auf einem Niveau. Wir konnten mithalten, aber irgendwann ging es dann bam, 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 bam. Dann war halt vorbei. Ja, gegen Dortmund war eigentlich wie gegen Hoffenheim, dass man halt eine gute Halbzeit gespielt hat. Gegen Dortmund hat man die erste Halbzeit ganz ordentlich gemacht, kassiert dann vor der Halbzeit noch unglücklichen Tor und dann in der zweiten Halbzeit lief irgendwie gar nichts mehr. Ja, und dann ist es halt Dortmund, die dann von fünf Toren, glaube ich, viermal das Gleiche machen, beziehungsweise dreimal das Gleiche, weil das eine war ja dann abseits und wurde zurückgenommen. Immer schön auf dem Flügel und dann in den Rückraum und dann vom Rückraum irgendwie aus fünf Metern einfach den Fuß reinhalten. Ja, also meine, ich verstehe es nicht. Also, dass da von uns keiner draufkommt, dass die das, die haben das ganze Spiel lang nichts anderes gemacht als das, bis zur Grundlinie in die Mitte und dann gucken, wer im Rückraum steht und wir fangen uns praktisch so drei, vier Tore. Also, das Spiel hat mich ein bisschen erinnert an, ich weiß gar nicht, wann das war, das war gegen, in der zweiten Liga gegen FSV Frankfurt. Da haben wir 6-0 gegen FSV Frankfurt gewonnen und das war auch so, dass der Sascha Doom dann einen geilen Tag hatte und immer schön über außen durchgelaufen ist und dann in den Rückraum gelegt hat, den Ball in den Rückraum gelegt hat, so wie Dortmund gegen Fortuna halt. Und das hat mich irgendwie, hat mich das Spiel voll daran erinnert, dass man jedes Mal das gleiche Tor geschossen hat damals und jetzt jedes Mal das gleiche Gegentor kassiert hat. Und ja, ist halt ärgerlich, aber im Endeffekt ist es halt Dortmund, die leider wieder erstarkt sind, nachdem der Favre ja eigentlich schon rausgeworfen wurde, sage ich mal, von den Medien und dann hat sich Dortmund wieder gefangen. Aber die Frage ist halt, so wie wir Fortuna momentan den Trend hat eigentlich, ist es halt ein Sieg für Dortmund gewesen, vor allem wir machen halt mit den Gegentoren immer wieder den gleichen Fehler. Also, das war ja nicht so, dass das einmal ein knapper Sieg jetzt von Dortmund war, weil wir einen Fehler gemacht haben, sondern wir haben den gleichen Fehler in Defensivarbeit immer und immer wieder gemacht. Und Dortmund hatte halt die Qualität in den Spielern, um es auszunutzen, genauso praktisch wie Leipzig. Ich habe ein paar Minuten zu spät den Fernseher eingeschaltet, weil wir noch das neue Bett aufgebaut haben. Und zack, ich dachte, hä, gerade wann standen sie doch noch am Kreis und haben sich begrüßt? Warum steht es denn jetzt schon 1-0 für Leipzig? Was ist denn bei mir los? Ich habe das 1-0 auch nicht gesehen. Also, das war, ich war noch an der Eingangskontrolle vom Stadion und dann meinte halt ein Kollege, mit dem ich da war, so, ja, ja, Leipzig führt 1-0. Und ich so, ja, ja, als ob, das wurde doch noch nicht mal angefressen, oder? Und dann gucke ich auf die Uhr, denke mir so, ja, okay, zwei Minuten sind gespielt, ja, als ob die schon 1-0 hinten liegen. Und dann komme ich ins Stadion und sehe einfach nur 1-0 nach zwei Minuten. Wo ich mir dann auch dachte so, ja gut, das wird also wieder so ein Dortmund-Spiel, wo man froh ist, wenn man nur drei kassiert, sage ich mal. Ja, aber es ging halt wirklich danach, war das Spiel meiner Meinung nach ausgeglichen, Fortuna hatte bis zur 60. 65. Minute, bis praktisch das 2-0 von Leipzig viel, hat auch Möglichkeiten, einen Ausgleich zu erzielen. Also diese Dreierkombination vorne mit Kovnatsky im Sturmzentrum, der die Seiten tauscht mit Tech-Betai, das gefiel mir ziemlich gut. Ampoma vorne war auch noch mit dabei, das war wirklich, das hatte was, das hatte was, nicht Tech-Betai, Tommy war es, aber das hatte was. Es hatte Griff, es hatte Hand und Fuß, es funktionierte vorne. Die Fehler wurden dann halt leider wieder defensiv gemacht. Klar, jetzt kannst du sagen, es ist doch ein Fehler, wenn du keine Tore schießt. Ja, Ron Hennings hat nicht gespielt. Ja, weil der war ja irgendwie spontan, ist er krank geworden oder so. Ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber meiner Meinung nach wurde das Spiel gegen Leipzig auch auf der Trainerbank verloren, um mal wieder ein bisschen mich unbeliebt zu machen. Ja, aber du... Weil man, wie soll ich sagen, man liegt 1-0 hinten gegen Leipzig und dann wechselt man halt den Stürmer aus, wo ich mir auch denke, ja, wollen wir keine Tore schießen? So ungefähr. Ja, so man spielt halt komplett defensiv und dann nach dem 3-0, also wenn man 3-0 hinten liegt, kommen dann auf einmal Baker und Barcock rein, wo ich mir denke, ja, mit einem 3-0... Weißt du, wenn du 3-0 hinten liegst, dann wird auf einmal ein kreatives Mittelfeld gebracht, wo ich mir denke, ja, lass die doch von Anfang an spielen. Ja, aber wir hatten ja schon mal über die Probleme gesprochen, die Friedhelm Hunkel mit Baker hat, und das liegt halt eher weniger an seiner Art, wie er spielt. Wenn du es vereinfachen willst, in FIFA-Logik sagt es, es gibt Offensiv, Zentral- und Mittel- und Defensiv. Und Baker ist halt dann eher zentral als Defensiv, weil er halt auch noch mehr Momente nach vorne hat. Friedhelm Hunkel wollte das nicht. Der wollte praktisch mit einer Fünferkette und dann zwei mauernden Sechsern wollte er halt alles dicht machen. Und Ampomar, Kovnatsky und Tommy waren dann alle für die Kreativität zuständig. Du hast schon recht, Baker kam rein. Barcock, glaube ich, irgendwann in der 80. Und als alles schon verloren war bei 3-0 oder so. Und dann halt Tech-Beteil. Wollen wir direkt mal rüberleiten zu Friedhelm Hunkel, weil als nächstes kommt, glaube ich, Union Berlin. Die nächsten beiden Spiele sind Augsburg und Berlin. Genau, nächste Spiele sind Augsburg und Berlin. Also ich bin jetzt mal der, der einfach mal das sagt, was er denkt. Wenn wir da nicht sechs Punkte holen vom Winter, dann übernachten wir auch unten auf 17, 18 oder 16. Ja, ich habe halt schon gesagt, dass die fünf Spiele, die jetzt waren, da habe ich vorher gesagt, ja, ich bin froh, wenn wir da wenigstens einen Punkt holen, weil es halt auch Brecher waren, wenn man Bayern, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig... Das haben wir auch gemacht. Das ist ja, ich bin ja nicht enttäuscht, dass wir gegen Bayern verlieren, Dortmund verlieren, Leipzig verlieren. Das ist ja nicht das, weshalb ich zumindest enttäuscht bin. Da, wo ich irgendwie enttäuscht drauf bin, ist halt, dass du eine gewisse Zeit mithältst, also nicht überragend bist. Also nicht, dass Fortuna jetzt da mit den Bayern Offensivspektakel sich abgeliefert hätte oder mit Dortmund oder mit Leipzig, wenn man am Ende einfach nur ein paar Tore fängt. Nein, nein, nein. Du hast eine Null gehalten, ein Nullniveau gehalten. Der Ball flog nach da, weil die spielten sich den Ball zu. Hier man Angriff, da man Angriff. Aber eigentlich alles so, wo es maximal 50%, 30% Chancen gibt für beide Seiten. Also der geht vielleicht mal rein, aber eigentlich ist das alles ungefährlich. Aber dann hat man Phasen oder Momente im Spiel, wo man Fehler macht. Jetzt könntest du den Standpunkt einnehmen und sagen, ja, das ist eindeutig die Sache der Spieler. Das kann ein Trainer nicht trainieren. Qualität kann man nicht trainieren. Jetzt kannst du natürlich den Ball zum Lutz-Hannenstiel dann schieben und sagen, ja, Lutz, warum hast du nicht mehr Qualität eingekauft? Du könntest aber auch so einen Pep Guardiola-Ansatz nehmen und sagen, jeder Spieler ist auf ein Weltklassenniveau coachbar. Dann musst du Friedhelm Funkel kritisieren für Unflexibilität in der taktischen Aufstellung, Unflexibilität in der Nominierung von Spielern und Unflexibilität in der Art der Wechsel. Wenig Kreativität, wenig Tempo eingewechselt, oftmals Defensivspieler vor Offensivspielern bevorzugt. Spiele, die ein gewisses Moment entwickeln können, keine Spielzeit geben. Das sind alles Punkte. Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, wo dein Standpunkt liegt. Ja, ich sag mal so, dass man gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, dass man gegen die verliert, kann passieren. Dass man gegen die drei bis fünf Gegentore kassiert hat, denke ich mir so. Also kann auch mal passieren, kann man auch mal irgendwie argumentieren. Aber dass man nicht mal ein einziges Tor geschossen hat und gefühlt auch nicht wirklich Gefahr nach vorne gebracht hat. Du schießt halt ein Tor aus vier Spielen und das ist halt schon ziemlich mager. Ja, das sind auch so Sachen, dass man gegen Dortmund offensiver spielt als gegen Paderborn. Wo ich mir auch denke, da weiß ich nicht, wie man sich das da denkt. Ja, ich bin halt unzufrieden von wie Funkel seine Wechsel tätigt oder wie Funkel halt die Mannschaft aufstellt. Weil man merkt halt, Fortuna fehlt, die Kreativität. Und dann hast du halt auf der Bank einen Baker und jetzt auch wieder einen Barcock, der wieder fit ist. Ja, und dann lässt man den halt nicht spielen und das ist so. Du spielst praktisch mit einer fünf defensiven und setzt vor diese fünf defensive Spieler noch zwei, also einen ultra defensiven Spieler mit Adam Bocek und einen defensiven Spieler mit Sobotka. Der dann allerdings, weil Bocek sich auch ziemlich krass praktisch in der Sechser-Kette hat fallen lassen teilweise. Der macht das intuitiv, haben wir schon mal besprochen. Guckt mal ins Archiv, dann findet ihr das und Sobotka muss dann praktisch den Überbrückungsspieler machen zu den drei, die in der Spitze spielen. Oder die drei in der Spitze müssen sich so tief fallen lassen, dass der Weg nach vorne so ewig lang ist, dass der gegnerische Verteidiger da ein ziemlich leichtes Spiel hat mit Stellungsspiel draufgehen, Manndeckung, alles was du auspacken kannst. Was ist denn negativ so an Friedhelm Funkel? Wir finden es oft zu defensiv. Es wird halt irgendwie nicht auf sich gespielt. Ich finde den einen Satz aus den letzten Wochen schön, ich glaube, das hat er gegen Paderborn oder sowas in der Pressekonferenz gesagt, irgendwas mit das Spiel nicht verlieren. Also, Duna spielt halt eher so, als wollen sie nicht verlieren, anstatt zu gewinnen. Fand ich ein bisschen lustig. Jetzt ist er auch aus dem Kontext gegriffen, hat er nicht ganz genau so gesagt, aber das war die Quintessenz daraus. Jetzt halt die Frage, muss Friedhelm Funkel raus? Muss er, müssen wir den Cut jetzt machen im Winter? Und ich leite gleich mal rüber zu dem Gerücht, was es da gibt. Leiten wir, muss er jetzt im Winter raus? Oder reicht es einfach, wenn wir sagen, ja, Friedhelm Funkel, egal wie die Saison ausgeht, ab Sommer ist Schluss. Ja, wie soll ich sagen, ich bin, du, die Hörer wissen ja, dass ich jetzt kein riesiger Funkel-Fan bin. Die Spieler sind allerdings Funkel-Fans, die mögen die. Ja, weil der einfach anscheinend, der ist halt wie so ein Vater für die. Und das ist ja auch gut, wenn die Spieler den Trainer mögen und für den Trainer, sag ich mal, durchs Feuer gehen. Aber ich bin halt, ja, wie soll ich sagen, ich bin halt Fan von Trainern wie Tedesco oder Nagelsmann, die dann auch mal was Verrücktes probieren. Und auch mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, wenn man... Wie Pep Guardiola dreimal gegen spanische Mannschaft in den Champions-League ausscheidet. Ja, aber das ist halt... Ja, wie soll ich das sagen? Was mich bei Funkel zum Beispiel oft nervt ist, Fortuna kassiert, das war gegen Hoffenheim so. Fortuna spielt, geht mit der Einstellung ins Spiel, wir spielen, wir gehen auf 0-0. Wir gehen ins Spiel und wir wollen kein Tor kassieren. Und wenn wir kein Tor kassieren, ist alles gut und der Rest ist uns scheißegal. Und dann kassierst du nach, weiß nicht, nach sechs Minuten liegst du 1-0 hinten. Wo ich mir dann denke, ja, schade, auf 0-0 hat es nicht funktioniert, müssen wir halt mal ein bisschen offensiver wechseln. Aber normalerweise ist das dann so, man Fortuna spielt, kassiert irgendwie in der ersten Halbzeit, also 1-0. Wo ich mir dann denke, so, okay, zur Halbzeit, wenn man 1-0 hinten liegt und man spielt auf 0-0, könnte man dann ja offensiv wechseln. Aber nein, macht man nicht, man wartet, bis man das zweite Tor kassiert hat und nach dem 2-0 wechselt man dann offensiv, wo ich mir denke, ja, jetzt ist es zu spät, so ungefähr. Und das sind dann so Sachen, also meiner Meinung nach sollte man, wenn man 1-0 zur Halbzeit hinten liegt, dann könnte man meiner Meinung nach auch einfach mal zur Halbzeit einen Verteidiger rausnehmen. Dafür noch, sage ich mal, einen Stürmer reinbringen. Oder jetzt wie gegen Leipzig, dass man dann irgendwie den Kovnatski auswechselt als Stürmer, wo ich mir auch denke, ja, ist ja gut, dass man dann den Tech-Beteil bringt. Aber ich denke mir so, ja, dann lass doch trotzdem den Stürmer drin. Du willst, zu dem Zeitpunkt stand es, glaube ich, 2-0 oder 1-0. 2-0. Und dann denke ich mir so, ja, aber du willst doch Tore schießen, dann wechsel doch mal einen defensiven Ausrund. Und Leipzig war ja oft, dass der praktisch der offensive Mittelfeldspieler oder ein zentraler, höher gerückter Mittelfeldspieler, der fehlte ja eigentlich. Du hättest auch theoretisch einen Verteidiger rausnehmen können, den packst du auf dem Brett nach vorne, hinter Kovnatski als Sturmspitze, irgendwann dahinter. Und du hast immer noch einen Bozek, der sich sowieso pendelnd in die Fünferkette, der hat sich pendelnd in die Fünferkette fallen lassen und hat aus 5-6 gemacht. Und dann war die, das hast du beim 2-0 gesehen, die Koordination war dann irgendwie hinüber. Die wussten nicht mehr, wo die sich zuordnen sollen. Meiner Meinung nach müsste da auch Friedhelm Funkel als Trainer eingreifen. Und wenn Friedhelm Funkel im Spiel was an der Taktik verändert, wurde er meistens von Thomas Kleine oder Axel Bellinghausen dazu überzeugt. Das kann man sich dann meistens nochmal angucken. Wenn dann was kam, siehst du das dann über eine verschiedene Kamera bei Sky, dass die halt da am Diskutieren sind und danach dann die Umstellung kommt. Ein Kritikpunkt von Friedhelm Funkel, wir haben eben noch gesagt, Prost, die Spieler mögen ihn, er bringt Konstanz in den Verein. Er weiß, wie er mit Spielern und Medien umzugehen hat, er bringt Ruhe rein. Er kann sich scheinbar auch gut gegen die Leute im Sportvorstand oder von der Führung gut durchsetzen mit seinem Konzept, was er in die Fortuna bringen möchte, in die Mannschaft. Ein Negativpunkt, was viele auch an ihm kritisieren. Manche finden es gut, manche schlecht, dass er immer am Lamentieren ist, immer am Meckern, immer am Schreien, immer am Rennen ist. Das machen andere Trainer auch. Ja, was mich halt nervt beim Funkel ist, der lamentiert und kommentiert jeden Pfiff vom Schiedsrichter. Und wenn er dann die gelbe Karte dafür kriegt, wo ich mir denke, ja vollkommen verdient, dann heißt es wieder, ja die ganze Welt ist so ungerecht, man wird ja noch hier irgendwie Trainer sein dürfen und hier und da und das. Und das geht mir halt richtig auf den Sack. Also wo andere Leute dann irgendwie, wenn dann der Trainer irgendwie zum Funkel geht und dem dann irgendwie die gelbe Karte und dann irgendwie alle im Stadion pfeifen und ich denke mir so, ja wenn der sich da so anstellt wie so ein Rumpelstilzieren, dann kriegt er halt die gelbe Karte dafür. Und das ist so dieses, ja weiß ich nicht, er geht mir halt auf den Sack dieses immer, ja und hier und da und es ist halt nervig. Wir können das ja gerne in den nächsten Wochen mal diskutieren. Schreibt uns eure Meinung gerne unter dem Post der Folge, egal wo ihr sie sieht und dann werden wir da auf jeden Fall mal nächste Folge drauf eingehen. Ich wollte eigentlich bleiben, bleib früher im Funkel länger bis zum Sommer. Ich denke, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, ja. Ich hoffe nicht. Wenn sie den Klassenerhalt nicht schaffen, dann hoffe ich auch nicht. Dann bleibt er nicht, dann geht er. Dann verabschiedet er sich mit der Fortuna aus der Bundesliga und kann dann endlich mit seiner Frau in Ruhe ein Stück Kuchen essen gehen. Ich denke mal, ja wie gesagt, ich denke Funkel wird, egal wie die Saison laufen wird, wird Funkel bis zum Ende bleiben. Bis zum Ende bleibt er auf jeden Fall, nur ich bin auch der Meinung, wenn er jetzt nochmal, wenn er es jetzt schafft, die Fortuna zu retten, also praktisch. Wir steigen nicht ab. Ich glaube, dass er dann halt nochmal bleibt, weil ich sehe momentan keinen, der es könnte. Es gibt natürlich das Gerücht mit Kovac, weil Friedhelm Funkel mit Lutz-Fansch, also weil Kovac nach der Entlassung nach München, nach Düsseldorf geflogen ist, also erst nach Frankfurt geflogen ist, von Frankfurt dann mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren ist. Dort dann erstmal, im Medienhafen gibt es einen Klub, ich habe vergessen wie der heißt, mit dem Lutz-Fansch, die da erstmal gefeiert hat, ein paar Fortuna-Spielern und am nächsten Tag vor dem Spiel dann mit dem Friedhelm Funkel Kaffee trinken war. Und deshalb gab es dann dieses Gerücht, dass Niko Kovac zum Saisonende die Fortuna übernimmt. Ich sage mal so, das ist eine Option, die ich sehr gut finden würde, weil der hat ja bei Frankfurt gezeigt, was er, ja, aber Bayern hat ein anderes, also wie soll ich das formulieren, Bayern ist halt was komplett anderes. Das ist ja karrieretechnisch nicht nach Bayern direkt zum Absteiger. Ne, aber wenn Fortuna halt die Klasse hält, sage ich mal. Und ich glaube, Kovac wäre ja, sage ich mal, bei Fortuna eher der Frankfurt-Kovac und nicht der Bayern-Kovac. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Fortuna sich Kovac als Trainer leisten kann, beziehungsweise leisten will, sondern dass man dann, ja, sage ich mal, wieder irgendeinen aus dem Hut zaubert, den man eigentlich nicht wirklich kennt oder nicht wirklich auf dem Schirm hat oder keinen großen Namen. Die Frage ist halt, wen nimmst du? Nimmst du einen Trainer, der jetzt vielleicht frisch ist und beförderst einen Co-Trainer zum Cheftrainer oder nimmst du halt einen Trainer auf dem deutschen Markt, der halt schon ein bisschen was hinter sich hat? Bruno Labbadia zum Beispiel oder du nimmst dann vielleicht hier den, wie heißt der jetzt? Der war zuletzt beim Hamburger SV, der Junge, der wurde entlassen. Ihr wisst, wen ich meine, der sitzt auch immer im ZDF rum. Ich überlege gerade, weil es da so viele, meinst du den Gießdoll oder? Nein, nicht den Gießdoll, der Gießdoll ist ja jetzt im FC. Nein, auch nicht den Tietz. Dann weiß ich nicht. Der war auch bei Stuttgart vorher, ist mit dem in der Bundesliga aufgestiegen. Ja, Sebastian Wolf, danke dem ich ja. Oder wird es der vielleicht? Wir werden es auf jeden Fall dann sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass Friedrich Amfunkel uns bei dem Abstieg verlässt. Ich denke, der bleibt da noch ein Jahr. Ja, aber ich denke gerade, wenn man absteigt. Ja, wenn man absteigt, dann, wenn wir absteigen, dann geht er. Das heißt, er wäre, also dann wäre er praktisch seine Karriere. Aber zum Beispiel, was ich am besten finden würde, was ich aber, was halt nicht geht, weil, äh, wer Tedesco. Und zwar nicht der, ich trainiere Schalke Tedesco. Sondern der, ich trainiere Spartak Moskau Tedesco. Nein, nein, sondern der, ich trainiere Aue Tedesco. Weil, was der aus Aue gemacht hat damals in dem halben Jahr. Ähm, der hat aus Aue, hat der aus einer Defensivmannschaft, hat der auf einmal eine Offensivmannschaft gebaut. Ja, aber viel beeindruckender war ja, die waren ja, und das war aber, die waren aber zur Halbzeit, so weit weg von allem. Das war Wahnsinn. Ja, genau. Und, ähm, weil zum Beispiel, ich hätte jetzt keinen Bock, also ich hätte keinen Bock, dass wir dann einen Trainer kriegen, wie der halt so ein Funkel oder so ein Huub Stevens mäßig ist. Ja, wir wollen, wir wollen die Spiele nicht verlieren. Sondern ich will halt einen Trainer, der sagt, ja, wir wollen gewinnen. Und, ähm, deswegen, weil Tedesco war ja auf, auf Schalke war der ja dann auch irgendwann so, dass er zu Null spielen wollte immer. Aber so wie der Aue war, war der Druck einfach zu krass da war. Ich hab Anfang der Saison, hab ich, glaub ich, gesagt, ja, der Nachfolger von, äh, das war, bevor der, war das letzte Saison noch, oder war das die Saison? Auf jeden Fall hab ich irgendwann mal gesagt, dass der Nachfolger von Friedhelm Funkel, Dieter Hecking wird. Ich glaub, das war in der Saisonvorschau, bevor der beim HSV angefangen hat. Ja, das kann sein, aber das ist ja auch... Aber der ist ja jetzt beim HSV. Ja, und das ist, äh, genau... Das wär genau ein Trainer, den du nicht haben möchtest. Weil, weil das ist ja eigentlich... Ja, wie soll ich das sagen? Ich will halt so, ich will, dass Fortuna so spielt, wie letztes, wie letzte Rückrunde. So, wo, wo Funkel auch gesagt hat, ja, das ist eigentlich nicht mein Spielsystem, aber... Die, die spielen das jetzt so und es ist gut, dann drück ich mein Auge zu und lass sie einfach mal machen. Aber es muss ja, liegt's an den, es muss ja einen Grund haben, liegt's an den Spielern, dass man so gespielt hat, weil einfach, ähm, Rahman, Luke Bakio so krass nach vorne geeilt sind, dass du praktisch so gespielt hast, ne? Also praktisch in einem, äh, in einem 4-3-3 gespielt hast? Oder, oder liegt's einfach daran, dass er jetzt praktisch die nicht mehr hat, die aber jetzt so tief spielen lässt, damit die Spieler, die er vorletzt hatte, dann so spielen, wie er das gerne hätte? Das ist ein bisschen kompliziert ausformuliert, aber... Liegt's an den Spielern oder liegt's an ihm? Ich würd sagen, es liegt an ihm, weil er stellt ja so defensiv auf. Also, das ist, weil letzte, wie gesagt, letzte Rückrunde war's ja so... Äh, dann... Oft 4-3-3 oder 4-2-3-1, schiebt euch die Baguette euch in die Gegend. Das Ding war halt, der hat ja anfangs, hat er ja immer entweder Rahman oder Luke Bakio spielen lassen, einfach weil dem das sonst zu offensiv war. Mhm, das stimmt. Und dann hat er halt irgendwann gemerkt, ja, die sind beide so gut, ich muss beide aufstellen. Und dann wurde er praktisch dazu gezwungen, die aufzustellen, weil irgendwie alle gesagt haben, ja, die sind beide gut, lass beide spielen. Und dann hat dem halt ein Defensiver gefehlt. Und deswegen wurde daraus halt, sag ich mal, eine offensivere Ausrichtung. Und die haben dann auf dem Platz einfach gewirbelt, wie sie wollten, sag ich mal. Und es lief halt, wo Funkel aber auch immer gesagt hat, ja, das ist nicht mein Spielsystem, das ist mir alles viel zu offensiv. Und ich denke mir so, ja, aber wie wir die Rückrunde gespielt haben, war einfach überragend. Und wir haben ja teilweise wieder, wir haben ja, der Kader ist ja ausgelegt auf die Spielweise der Rückrunde in der letzten Saison. Weil man holt ja nicht einen Tommy, einen Tech-Beteil, einen Abhummer, wenn man halt mit einer Fünferkette spielen will, sag ich mal. Also Tommy ist für mich sowieso eher in der Zentrale, aber das macht Sinn. Wenn Tommy der Mittelstürmer der zentrale Offensive-Mittelfeldspieler ist, Friedhelm Funkel, aber letztes Jahr mit Stürger im Zentralen gespielt hat, macht das Sinn, dass Tommy nicht im Zentrum, sondern auf dem Flügel spielt. Ja, wie soll ich sagen, Tommy ist zum Beispiel auch einer, der gefällt mir richtig gut. Der sollte meiner Meinung nach immer spielen. Und meiner Meinung nach sollten wir auch mit zwei Stürmern spielen. Also mit, ich meine, wir haben einen Kovnatski und einen Hennings, wo ich mit der Meinung bin, Kovnatski ist der bessere Stürmer. Aber er spielt halt nicht im Sturm, weil wir halt da vorne den Hennings haben. Und ich denke mir so, lass doch einfach mal. Kovnatski spielt aber auf dem Flügel, weil der die bessere Defensivarbeit macht im Vergleich zu Tech-Beteil oder Ampumar. Ja, genau. Aber ich denke mir so, ja, spiel doch mit Hennings als Strafraumstürmer und mach den Kovnatski so als so ein, wie nennt man das? Ich glaube, im Fußball-Taktischen nennt man das so ein Satellit, dass er so um Hennings rum portiert und den bedient. Also als hängende Spitze sozusagen. Und gibst ihm praktisch die Freiheiten, um ihn herum ein bisschen aktiv zu sein. Ja, weil zum Beispiel Kovnatski ist, wie soll ich sagen, seine Qualitäten sind ja eigentlich Tore schießen. Das ist ja das, was er kann. Aber er muss halt auf dem Flügel spielen. Du siehst halt sein Muster, er rennt halt. Stellt euch vor, er läuft auf dem Flügel, macht einen Doppelpass und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich orientiere mich Richtung Grundlinie. Lauf praktisch weiter an der 16er Kante vorbei und versuche mich dann entweder an der Grundlinie reinzudrehen und in den Rückraum zu legen. Oder chipt den Ball, flankt den Ball, wie auch immer, gebe ihn in die Mitte. Kovnatski macht oft links, rechts Bewegung, dreht sich dann praktisch mit dem Körper Richtung Mittelpunkt und läuft die 16er Linie entlang. Oder so in den Drehraum und versucht dann den Ball aufs Tor zu bringen. Achtet mal drauf, das macht er zwei, drei Mal pro Spiel, weil er so mehr kommt denn nicht. Friedhelm Funkel regt sich dann auch immer tierisch auf, weil die wahrscheinlich im Training üben, dass die bis zur Grundlinie gehen und den Ball dann hineingeben. Ja, ich finde Kovnatski spielt ja gut bei Fortuna, ich finde das ist einer der besten Spieler, aber ich bin der Meinung, der ist auch, wenn man ihm nicht, seine Stärke ist halt, also das Tore schießen ist ja eigentlich seine Stärke, aber der muss halt auf dem Flügel ausweichen, weil er das defensiv gut macht. Und ich denke mir immer, wenn ich den, ich finde ja, dass er auch defensiv ein guter Spieler ist, aber ich denke mir so, ja, warum hast du dann einen Spieler, der auch defensiv ganz gut ist und dem dafür dann komplett seine Offensivqualitäten nimmst? Oder weil er halt so viel nach hinten arbeiten muss, dass er dann... Weil er kann halt auf dem Flügel spielen und Friedhelm Funkel möchte halt, dass er defensiv arbeitet. Das war der ganze Grund, warum du letztes Jahr diesen Wechsel hattest mit Kovnatski mal links, Kovnatski mal rechts, je nachdem ob Rahman oder Lukabakio gespielt hat. Weil dann die andere Seite sich defensiver verlagern konnte. Da gibt das Sinn, wenn du praktisch die rechte Seite, wo Kovnatski gespielt hat letztes Jahr und es in die Rückwärtsbewegung ging, hast du praktisch die Offensivreihe in die Mitte geschoben. So, und der auch immer dann vorne noch ausgepumpt rumlag, ob das jetzt Rahman oder Lukabakio war, die blieben dann rumliegen und der Rest konnte sich halt defensiv zurückziehen im Verbund. So, das hat letztes Jahr gut geklappt. Deswegen spielt Kovnatski auf dem Flügel. Dass Kovnatski aber etwas mehr im Zentrum, wo er dem Ball leichter Richtung Tor schießen kann oder passen kann, steil. Seine Qualitäten hat er gezeigt in den Länderspielen für die polnische Nationalmannschaft, wo er dabei war. Dass er das sehr gut kann. Ich habe keine Ahnung. Kurz noch, ja, wir werden auf jeden Fall, das können wir einfach so verraten, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ein paar Folgen prerecorden, dass wir halt praktisch eine Überbrückung haben, bis wir irgendwann dann am ersten Spieltag sind oder am nächsten Spieltag sind für die Rückrunde. Und jetzt hier vielleicht auch eine Kleinigkeit ab zum Laufen. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall überall ein Herzchen da, ein Kommentar da, ein Like da, teilt uns. Weil wir haben Bock auf mehr. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf mehr. Ich bin der Wampendribbler und ich habe jetzt Bock auf mehr FIFA. Und der Micha, glaube ich, auch. Und wir werden sehen, was mit Frieden im Wunkel passiert. Ich sage schon mal Tschüss und der Micha hat dann noch ein paar letzte Worte für euch. Ja, ich sage einen Gutkick in die Runde und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.